Hey Leute, wenn das mal nicht der Hammer ist, mit einer Druckluftwaffe bzw. einer Druckluftpistole echtes Halbautomatenfeeling. Dafür verantworte ich die SIG Sauer P320, die neue US Army Waffe, die uns freundlicherweise von German Sports Guns zur Verfügung gestellt worden ist. Wir haben hier eine Waffe, die mit richtig geilen Innovationen aufwartet, die ich euch mal kurz erklären werde. Wie ihr seht, einfach eine wirklich tolle Waffe, die auch sehr nah an das Original rankommt. Die P320 ist wirklich eine tolle Alternative für all diejenigen, die einfach mal mit einer Druckluftwaffe Halbautomatenfeeling erleben möchten, plus dazu noch nicht unbedingt so viel Geld ausgeben können oder wollen. Das für mich persönlich interessanteste an der ganzen P320 von SIG Sauer Schrägschicht German Sports Guns ist dieses patentierte Kettenmagazin, das überhaupt erst für das Halbautomatenfeeling sorgt. Mittels Kette werden hier die einzelnen Diabolos in Stellung gebracht und es geht dann einfach immer weiter rund. Hammergeil, 30 Schuss hintereinander mit einer Füllung. Passt!